Hallo zusammen, wir sind am Packen für die CMT, also die Caravan-Messe in Stuttgart und das ist unsere Messe-Neuheit. Wenn ihr also einen Reisebus selber ausbauen möchtet, wäre das eine Möglichkeit, relativ ein schmaler Kühlschrank mit 150 Liter Inhalt, 12 Volt, oben Tiefkühlfach, ein Secob Dampfhaus-Kompressor drin, der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Wir haben das Gerät auch nach der Messe dann in der Ausstellung, wir haben die Geräte auch am Lager, das heißt wir können Ablager liefern, auch wenn ihr zum Beispiel so einen schmalen Kühlschrank habt, als Absorber-Kühlschrank und ihr wart damit nicht zufrieden, weil der Absorber zu wenig Leistung hat, vor allem im Sommer, wäre das eine Alternative, um den Absorber-Kühlschrank zu ersetzen. Ein Absorber läuft mit Gas, Gasprüfungen im Fahrzeug muss sein, kostet jedes Mal Geld und wir sind mittlerweile so weit in kleinen Bussen, so 3,5 Töner Bussen, die ausgebaut werden, dass da auf Gas verzichtet wird. Da wird dann über ein mobiles Gasröscher gekocht, teilweise auch elektrisch, dann müsst ihr aber elektrisch noch ein bisschen nachrüsten, in der Regel einen großen Wechselrichter rein. Dann werden Lithium-Batterien eingesetzt und zwar nicht. Nur so eine kleine 100er, ich hatte schon einen Bus, der hatte 400 AH Amperestunden Batterie, weil er sagt, ich brauche das, ich will da drin mal mit dem Computer arbeiten, ganzen Tag, wenn schlecht Wetter ist, ich will mein Kamera laden, ich will die Drohne laden, ich will damit auch mein Fahrrad Akku wieder laden, aber das heißt natürlich dann auch, ihr müsst da mit Solar nachrüsten. Das haben teilweise fassfahrende Kraftwerke. Aber dieser Kühlschrank stellen wir aus an der CMT, klar noch viel anderes, kommt bei uns auf dem Stand vorbei, schaut was wir haben. Wir können aber an der CMT auf unserem kleinen Stand natürlich nicht ganz alles ausstellen, was wir sonst im Programm haben. Dieser Katalog, den verlinke ich euch unten im Videobeschrieb, klar findet ihr den auch auf der Homepage, wemo.ch oder wemo.gmbh.de Und hier drüben verlinke ich euch einen neuen Kühlschrank, einen kleinen kompakten Kühlschrank für kleine Wohnmobile, V-Bus-Niveau und so weiter. Ja, somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.